Ich muss das jetzt als Video festhalten, weil... Oh, hallo. Ich muss das jetzt als Video festhalten, weil sonst kommt es nicht wirklich rüber. Ich bin in Chicago und das soweit ist ja eigentlich keine große Neuigkeit, aber es hat schlechtes Winter, es windet und es regnet. Schlecht bei der Himmel? Eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Weshalb ich es aber erwähne, ist die Tatsache, es ist nicht nur nass, es ist kalt, es ist windig, es regnet und es ist kalt. Ich möchte fast gar nicht ins Auto einsteigen. Wenn es 20 Grad hat, ist es viel. Ich kenne das schon gar nicht mehr. Und ich habe übrigens wieder äußerst spektakuläres Haar. Ui, und da vorne blitzt es. Sieht man nicht. Na gut, wurscht. Auf jeden Fall kommt ein Gewitter, Jungs und Mädels. Und in Chicago ist es kalt im Herbst. Dafür fliege ich am Samstag wieder heim und dann hat es... Ja gut, in Florida ist es auch wieder kälter. In Florida ist auch Herbst und da haben wir jetzt momentan, ich glaube, so herbstliche unter 100 Grad Fahrenheit auf jeden Fall. Wie viel das auch immer in europäischer Celsius Temperatur ist.